Jetzt spiele ich. Jetzt spiele ich. Jetzt spiele ich. Jetzt spielen wir! Wir sind das Publikumsorchester des Konzerthauses Berlin. Der große Dirigent Nikolaus Harnon-Kuhl sagte einmal, nur wer mit ganzem Herzen dabei ist, wird Freude ernten. Und wir ernten Freude reichlich. Wir sitzen bei Konzerten natürlich gern im Publikum. Aber noch lieber sind wir selbst auf der Bühne und machen Musik. Mit Leidenschaft und Anspruch. Der wesentliche Unterschied zwischen dem Publikumsorchester des Konzerthauses und den vielen anderen Laienorchestern, die es in Berlin gibt, ist der, dass es hier, und ich glaube auch nur hier, eine ganz enge Vernetzung gibt zwischen den Musikern des Konzerthausorchesters und den Musikern des Publikumsorchesters. Das gibt also keine Trennung, sondern hier ist wirklich ausdrücklich gewünscht, auch das Miteinander musizieren. Wir werden bei den Konzerten unterstützt von den Profimusikern, was ein enormer Anreiz ist, auch für die Einzelnen, Nicht-Profis zu lernen, mitgetragen zu werden, mitgerissen zu werden. Und es ist einfach eine sehr große Motivation. Und es ist einfach eine sehr große Motivation. Und es ist einfach eine sehr große Motivation.